Her mit den Fragen. Immer auf die Frage davor antworten, ne? War richtig? Was ist das denn für ein Quiz? Das ist anspruchsvoll. Drückt uns die Daumen gegen Union Berlin. Hallo Kalle, schön, dass du nochmal hier bist. Die Regeln sind dir bekannt, also auf geht's mit der ersten Frage. Was kann man aus Schnee bauen? Welches Tier ziert das Berliner Stadtwappen? Schneemann. Welches Tier hat Stachel? Ein Bär. Was zeigt der Schiedsrichter bei einer Verwarnung? Ein Igel. Was bekommt man, wenn man zu schnell fährt? Die gelbe Karte. Wie nennt man die Unioner auch? Führerschein weg. Wie wird unsere Einstellung gegen Union sein? Eisern. Ganz stark Kalle. Viel Erfolg gegen Union Berlin. Was ist denn? Wie ist es? Wie ist die Linie? Wie ist die Linie? Untertitelung des ZDF, 2020